Hallo liebe YouTube-Gemeinde, hallo auch liebe Odyssee-Gemeinde, hier wieder eine kurze Wortmeldung zum Mittwoch. Und ich möchte beginnen mit einem kurzen Zitat, das mir eben auf Twitter begegnet, nee, bei Telegram begegnet ist. Wer nichts kann und wer nichts ist, der wird Klimaaktivist. Ja, da kann man applaudieren, da kann man zustimmen, da kann man nicken, genau so ist es. Sie kriegen es ja gerade mit im kleinen Dorf Lützerath, kommt es ja zur Stunde, wie man so schön sagt, zu gruppendynamischen Prozessen. Ich möchte kurz aus der Bild-Zeitung zitieren. Die Räumung des Dorfes ist am Mittwochmorgen gestartet. Mit massivem Polizeiaufgebot rückten mehr als 1500 Einsatzkräfte von allen Seiten an, überrumpelten die etwa 300 Aktivisten im Ort und weitere 250 in einem Nachbarort. Barrikaden brennen, Steine, Molotow-Cocktails und Böller fliegen. Die Polizei stürmt das Klimadorf Lützerath. Und mittendrin unschuldige Kinder. Ja, und während dieser Szenerie fällt der Polizei was ein? Nun, sie twittert. Und zwar folgendes, ich zitiere. Unterlassen Sie sofort das Werfen von Molotow-Cocktails. Verhalten Sie sich friedlich und gewaltfrei. Aufgrund weitreichender Gefahren im Einsatzraum appelliert die Polizei, Aachen an die Erziehungsberechtigten, den Bereich umgehend mit ihren Kindern zu verlassen. Ja, meine Damen und Herren, und von wem wurde dieses Szenerie provoziert? Naja, von solchen Leuten, von denen gewisse andere Leute nicht wollen, dass wir sie so nennen, wie man sie eigentlich nennen sollte. Nämlich Klimaterroristen. Das sind Leute, denen geht, naja, das Recht und das Gesetz offenbar am allerwertesten vorbei. Und ja, denen liegt nicht einmal etwas an der Sicherheit ihrer eigenen Kinder, möchte ich mal betonen. Ja, und diese Leute, obwohl sie sich denn so offen gewaltbereit verhalten und doch auch mit, ja, wie gesagt, Gesetzen eher auf Kriegsfuß stehen, ja, diese Leute genießen den Schutz unseres Establishments. Ich möchte an dieser Stelle Katrin Göring-Eckardt zitieren. Sie kennen Katrin Göring-Eckardt. Das ist diese Küchenhilfe, die es bei den Grünen ziemlich weit nach oben geschafft hat. Die Klimakrise ist dramatisch. Ich teile die Hartnäckigkeit, mit der die Demonstrierenden mehr Klimaschutz fordern. Keine Generation kann sich nichts tun erlauben. Hashtag Lützerath. Die Proteste in Lützerath weisen auf die Dringlichkeit hin, mit welcher wir den Kampf gegen die Klimakrise 2023 vorantreiben müssen. Es geht um friedlichen Protest, hart in der Sache, ohne Gewalt in der Form. Der Protest darf sich durch unbedachte Aktionen nicht delegitimieren. Ja, dazu gehört schon eine Menge Schneid. Das Werfen von Molotow-Cocktails als unbedachte Aktion zu bezeichnen. Aber so ist das halt. Wie gesagt, diese Klimaterroristen genießen den, ja, wenn sie so wollen, den moralischen Schutz unserer Eliten. Also im Prinzip stimmen alle zu und nicken und sagen, ja, das, was ihr da tut, das ist schon okay. Und es gibt auch keine Stimmen, auch nicht in den Medien, auch nicht in der Politik, die da jetzt lautstark nach, ja, wie soll man sagen, nach Maßnahmen, nach Konsequenzen rufen, wie das beispielsweise jetzt jüngst zum Brasilienvorfall der Fall gewesen ist, wo ja jedes Medium und fast jeder Politiker gefordert hat, man müsse jetzt hier die Demokratie verteidigen und man müsse ja zusammenstehen und weiß ich nicht was. Also hier, wie gesagt, hier werden diese Klimaterroristen mit Sandhandschuhen angefasst. Und ja, allzu viel Kritik will man an diesen Leuten nicht, allzu viel Kritik will man an diese Leute nicht herankommen lassen, da sie sich ja, egal wie gewaltbereit und kriminell sie sich auch aufhalten, verhalten, diese Leute setzen sich ja für ein hehres Ziel ein, nämlich das Klima zu retten. Ja, Sie kennen ja meine Meinung dazu. Das sind nach meiner Meinung nur irgendwelche fehlgeleiteten Ideologen. Und diese Ideologen, die sollten eigentlich, ja, behandelt werden, wie Terroristen eigentlich behandelt gehören. Nämlich, dass man mit diesen Leuten auf keinen Fall verhandelt, sondern, ja, die Polizei einfach mal machen lässt in dem Fall. Meine Damen und Herren, Sie haben es ja mitgekriegt. Friedrich Merz, Sie kennen Friedrich Merz, das ist dieser Herr von der CDU, der ist gestern wieder bei Markus Lanz aufgetreten. Ja, und was er da vom Stapel gelassen hat, ja, also das raubt einem fast schon den Atem. Ich möchte hier mal aus der Welt zitieren. Die hat nämlich getitelt, die kleinen Paschas, Merz polarisiert und stellt konkrete Forderungen. Und hier ein paar Zitate von Friedrich Merz. Wir sprechen hier über Leute, die eigentlich in Deutschland nichts zu suchen haben, die wir hier seit längerer Zeit dulden, die wir nicht zurückschieben, die wir nicht abschieben und bei denen wir uns dann darüber wundern, dass es solche Exzesse gibt. Ja, Exzesse, damit ist gemeint, diese gruppendynamischen Prozesse in Berlin und andernorts. Sprechen Sie mal mit Lehrerinnen und Lehrern in den Grundschulen, was die jeden Tag erleben, auch an verbaler Gewalt. Und dann wollen Sie diese Kinder zur Ordnung rufen. Und die Folge ist, dass die Väter in den Schulen erscheinen und sich das verbitten, insbesondere, wenn es sich um Lehrerinnen handelt, dass sie ihre Söhne, die kleinen Paschas, da mal etwas zurechtweisen. Da fängt es an. Tja, und weiter haut der Populist heraus, wenn die Gesellschaft nicht helfen könne, dass Lehrerinnen sich dagegen zur Wehr setzen könnten, dann sind es in der Schule die Achtjährigen und da draußen auf der Straße in wenigen Jahren die 15-Jährigen. Da liegt doch das Problem. Wir wehren uns zu spät gegen diese Phänomene, die wir hier auf der Straße gesehen haben. Es gehe dabei um überwiegend Jugendliche aus dem arabischen Raum, die nicht bereit sind, sich hier in Deutschland an die Regeln zu halten, die Spaß daran haben, diesen Staat herauszufordern. In diesem Land hat jeder eine Chance. Die Chancen sind selten so gut gewesen wie gegenwärtig. Und wer sich nicht daran hält, der hat in diesem Land nichts zu suchen. Ja, und der geneigte Beobachter erwartet schon das Zurückrudern dieses Herren, denn das, was Friedrich Merz hier vom Stapel gelassen hat, das hat er schon öfter gemacht. Also Friedrich Merz, der Wendehals, also wenn man im Duden unter Wendehals nachguckt, dann sieht man ein Foto von Friedrich Merz. Ja, Friedrich Merz wird wahrscheinlich auch diesbezüglich früher oder später, wahrscheinlich eher früher, versuchen, seine eigenen Äußerungen zu relativieren und zu entschuldigen. Davon gehe ich jedenfalls felsenfest aus. Es würde mich jedenfalls überraschen, wenn hier keine Entschuldigung auf den Fuß folgt. Ich bin mir da sehr sicher, dass das kommt. Die Frage ist nur, wann. Ja, Friedrich Merz spricht ja einiges aus, was vielen von Ihnen sicherlich bewusst ist. Und ja, der eine oder andere von Ihnen dürfte auch irritiert sein, denn es kommt aus der Partei, die ja spätestens seit 2015 dazu beigetragen hat, dass die Situation hierzulande so ist, wie sie ist. Ja, und Friedrich Merz, was er dann wieder mal unterlässt, nämlich die Verantwortung für die Situation, wie sie sich jetzt gerade hier in Deutschland darstellt, bei sich selbst zu suchen, bei der CDU zu suchen, die ja eben durch ihre Politik genau das hervorgerufen hat, was jetzt gerade ist. Ja, klar, natürlich der Mainstream hier, der Politiker dort, die Medien sind natürlich entsetzt, ob dieser Äußerung, die er da von sich gegeben hat. Selbstverständlich versucht man hier zu relativieren, versucht zu sagen, ja, die Ursachen sind ja ganz woanders, ja, es sind doch eher soziale Probleme, ja, und hier wird doch wieder viel zu viel verallgemeinert. Und ja, natürlich, er kann nicht fehlen, der Vorwurf des Rassismus, der muss natürlich kommen, und er ist natürlich auch gekommen. Ja, es stünde einem Friedrich Merz wirklich gut zu Gesicht, wenn er sich dieses Mal doch wenigstens, wie soll ich sagen, diesen Vorwürfen entgegenstellt und bei seiner Meinung bleibt. Aber ich vermute nicht, dass es dazu kommen wird. Ja, dazu vielleicht eine kleine passende Meldung der Tagesschau. Zahl der Asylanträge steigt um 27,9%. 244.132 Menschen haben im vergangenen Jahr 2022 einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Im Jahr 2021 waren es deutlich weniger, nämlich 190.816. Ja, es geht also nach wie vor nahtlos weiter und auch solche Parolen, die da jetzt gerade ein Friedrich Merz von sich gegeben hat, die werden auch nichts, aber wirklich gar nichts daran ändern. Also daran sollten wir uns gewöhnen, dass solche Parolen hier und da vielleicht mal rausgehauen werden. Aber in der Konsequenz wird weitergemacht, wie bisher. Und nach Lösungen wird zwar gerufen, aber dass diese Lösungen dann auch kommen, davon kann man selbstverständlich nicht ausgehen. Ja, meine Damen und Herren, klingt alles sehr deprimierend, aber die Welt dreht sich ja nicht nur um Deutschland. Ich möchte kurz berichten aus den USA. Ich weiß nicht, ob sie es mitgekriegt haben. Die Medien haben jedenfalls bis zur Stunde noch nicht darüber berichtet, aber es ist für die USA, für die Vereinigten Staaten selbstverständlich eine unheimlich tolle, eine unheimlich gute Nachricht. Das Repräsentantenhaus hat gerade seinen ersten Gesetzesentwurf verabschiedet. Aufhebung der IRS-Finanzierung. Also das IRS, das ist ja die Steuerbehörde der Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, und noch kurz vor Weihnachten hat das Repräsentantenhaus ein Gesetz verabschiedet, nachdem demnach zufolge 87.000 neue IRS-Beamte finanziert werden sollten, die dann auf die Suche nach Steuersündern gehen, um dann bei diesen Leuten eben, wie gesagt, das Geld einzutreiben, das eigentlich diesen Leuten gehört. Tja, und wie gesagt, da hat McCarthy zum Ersten, also da hat McCarthy wirklich einen wundervollen Einstand geliefert für alle, die, ja, wie gesagt, kritisiert haben, dass er denn jetzt nun doch der Sprecher geworden ist. Tja, der eine oder andere vermutet, ja, da ist was im Busch und dass Donald Trump mit diesem McCarthy wohl die eine oder andere Absprache hat. Tja, und die Organisation Act for America, die stellt schon die nächste Forderung. Die Kundenliste von Jeffrey Epstein ist wichtiger als die Steuererklärung von Donald Trump. Fordern Sie Ihre gewählten Beamten auf, vom DOJ die Veröffentlichung der Epstein-Kundenliste jetzt zu fordern. Tja, Sie kennen alle Jeffrey Epstein, Sie kennen alle die Gerüchte, die sich um ihn und viele, viele andere ranken. Das wäre doch mal eine Forderung, wenn diese erfüllt werden würde. Was das wohl für gesellschaftspolitische Auswirkungen auf die Vereinigten Staaten hätte? Man möchte es sich nicht vorstellen. Tja, und wir hatten es ja gestern erwähnt, die Dokumente, die geheimen Dokumente, die da in einem Privatbüro von Joe Biden gefunden worden sind. Ich möchte hier mal ein Zitat von Donald Trump bringen. Der hat nämlich bei Truth Social gepostet, Der Betrag betrug 54 Millionen Dollar, den der Biden-Thinktank von China erhalten hat. Das ist eine Menge Geld. Sie haben die geheimen Dokumente gesehen. Das ist jetzt natürlich eine Mutmaßung, aber Sie sehen, wie eng Joe Biden tatsächlich mit China verknüpft ist. Tja, und das wird noch spannend, ja, und warten wir mal ab, was sich noch aus dieser Affäre entwickeln wird. Ansonsten, die Twitter-Files, wir hatten sie gestern auch kurz in der Sendung. Ansonsten wurde jetzt gerade bei Twitter auch der Account der Trump-Kampagne wiederhergestellt, ja. Ungeheuerlich, dass der überhaupt gelöscht worden ist. Nun, der ist jetzt wiederhergestellt und Elon Musk feuerte das gesamte Team von Twitter in Brasilien, einschließlich der für die Moderation von Inhalten zuständigen Mitarbeiter, nachdem er herausgefunden hatte, dass Mitarbeiter linke Politiker bei den brasilianischen Wahlen unterstützten. Das sind doch mal gute Nachrichten, die uns, ja, hier erreichen. Ich finde es zumindest amüsant. Tja, belasten wir es dabei für heute. Und wie immer am Ende dieser Sendung, wir bringen ein super tolles Heft heraus. Dieses Heft ist sehr gut und es ist sehr libertär. Kaufen Sie es sich als Einzelausgabe oder als Schnuppe-Abonnement oder als Jahresabonnement. Und wenn Sie möchten, oder wenn es auch Ihnen am Herzen liegen sollte, dass aus mir der größte Schlagerstar dieses Universums wird, dann klicken Sie auf dieses Video. Steuern sind drauf. Und klicken Sie auf dieses Video. Ich lieb CO2 und teilen Sie diese Videos mit aller Welt. Dafür danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich vorab. Bis morgen. Alles Gute und Tschüss.